Das ist nicht im Mund, das ist nicht auch ein T-Shirt, das ist alles. Ja, draufsetzen tue ich mich aber ganz gerne. So viel Tod und noch mehr traurige Gunde. Ist die Ebenenverschmelzung mit der Vernichtung der großen Fessel aufgehalten? Das ist die Ebenenverschmelzung mit der Vernichtung. 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 Live Servus. Ich glaube ich muss einen Mikrofonständer machen. Ah. Grüß. Kamerad, auf ein Wort. Aber nicht jetzt keine Frage, ich brauche jetzt erstmal eine Werkstatt. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen was zerlegen da. Und jetzt der Händler. Und dann kannst du haben was von mir gute Frau. Ja. Und dann kannst du auf die Ebenenverschmelzung. Und dann kannst du auf die Ebenenverschmelzung mit der Ebenenverschmelung. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Die Zuflucht. Bye.